Keine Frage, das Jahr 2020 war etwas und wird auch immer etwas bleiben, was wir uns alle nie haben vorstellen können. Und das auch natürlich in unserem Hobby, dem RCK Racing. So war es eine Folge der Gegebenheiten, dass es in diesem Jahr keine offiziellen deutschen Meisterschaften geben konnte. Und dadurch wurde das Finale der LRP Offroad Challenge als inoffizieller, aber nichtsdestotrotz tatsächliche deutsche Meisterschaft der einzige nationale Entlauf in diesem Jahr. Das Rennwochenende im Spätsommer, Anfang Herbst war unter vielerlei Gesichtspunkten etwas Besonderes. Die Witterung, selbstverständlich die Corona-bedingten Begebenheiten. Aber nichtsdestotrotz hatte der ausrichtende Verein in all seiner Gastfreundschaftlichkeit, die Eifel Elos, eine gigantisch tolle Veranstaltung für alle Teilnehmer auf die Beine gestellt. Es gab viel interessantes Racing auf einer sehr interessanten Strecke. Und unter all dem Interessanten gab es aber einen absoluten Highlight. Und das war in der Klasse LRP 2WD Stock Buggy. Da waren die beiden Titelaspiranten von Anfang an sehr schnell fixiert. Das waren der Jürgen Kropf und der Simon Stegmeier, die sich auch schon in den Qualifikationsläufen einen hochinteressanten Schlagabtausch geliefert haben. Der auch in vielerlei Hinsicht von gewisser Taktik geprägt war. So war es nicht verwunderlich, dass es dann in den drei entscheidenden A-Finalen so war, dass jeder der beiden eines für sich der ersten entscheiden konnte. Und damit kam es dann zum dritten, alles entscheidenden Finale. Und das war ein Rennen, das ich mit höchster Faszination verfolgt habe und unheimlich froh bin, dass ich es einigermaßen gut auf Video festhalten habe können. Was jetzt folgt, ist einfach mal unkommentiert. Danach wird es anders. Sehr interessant zu sehen, was ihr davon haltet. Ich fand, es war geniales RCK Racing. So, wir kommen zum A-Finale 2-Winé. Auch hier haben wir noch eine Entscheidung zu erwarten. Einen Ort hat der Simon gewonnen und einer der Jürgen. Unter dem beiden geht es um alles. Herr Dieterwass. Herr Herrscham. Herr Herrscham. Herr Herr Schick ist frei. Herr Pana ist vorbei. Herr Schick ist frei. Herr Schick ist frei. Herr Schmidt sind frei. Herr Schick ist das frei. Herr Schick ist sehr stark. Der outta der Schick ist die Somit. Jürgen ist drauf, der Simon ist drauf, der Stefan Frey ist drauf, Uwe ist drauf, der Ueli ist drauf, und der Stefan sagt mal da auch. 2 auf den Ebenen kommt, ist das da, der Verein ist da, ist da, 3 da, 4 fehlt, 5, ist da, 5 fehlt, 6 ist da, 7 fehlt. Also bitte noch ein Rauch und 4, 5 und 7, aufhören zu einer Minute zum Start. 2 Minuten zum Start. In der Tat. So, in Uwe steht die Mama da, auf Seite Andreas da, auf Seite Michael. Hier ist auch so der, die Bauern aber rein, auf der 5. So, hier fahrt bitte die Startaufstellung. Ich brauche dringend einen Helfer auf der 5, danke, weil hier haben wir noch eine offene Entscheidung. Da möchte ich gerne alle Helferposten gesetzt haben. Hier fahrt bitte alle die Startaufstellung. Er ist das einfach so irgendwo, das ist da, der Herr Kanzler. Danke, Herr Kanzler. In der Tat. So, nach 30 Sekunden 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 So, nach 30 Sekunden 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Drei Minuten, nicht zu fahren. Bei den beiden Titel-Aspiramen. Da stehen die Jungs, die jetzt auf dem Eckdebel sind. Die sind eins und zwei, unter denen der Titel auch nicht gefahren. Drei Minuten, genau, nur verdanken Sie mir. Der U-Beschock frühzeitig gesehen, alles gut. Noch gut 2 Minuten zu fahren. So hängt es nicht, dass es auch mal aufläuft. Ich hoffe, dass wir die beiden voll vereint haben. Danke. Eine Minute ist immer noch nicht erschienen. Es gibt im Moment ja niemand mit 0,35 Funktionen. 4,35 Sekunden hinten. Der Niklas wird auf den Reich. Dann der Stefan, der Pfarrer. Der Berater, der Stefan Zweide, der U-Beschock. Der Berater. 3,35 Sekunden. Dann kommen wir beide noch mal rüber. Ja, dann kommen wir beide nochmal rüber. So, das ist jetzt nicht die letzte Rutsche, die vier passen jetzt auf, und rechten zwei aus, das ist nicht die letzte Rutsche, alles gut, das ist nicht die letzte Rutsche. 0,01 Sekunden, haucheng, besser geht es nicht. Danke, danke an euch beide für dieses wunderbare Racing und natürlich auch Gratulation an Simon für den deutschen Meistertitel, aber genauso großes Kompliment an Jürgen für dieses fantastisch faire Rennen. Genauso wie auch alle anderen, die in diesem Finale mitgewirkt haben und auch wenn sie dabei nur aus dem Weg gegangen sind. Es war wirklich toll anzuschauen. Man kann sich darauf freuen, dass es im nächsten Jahr 2021 dann hoffentlich auch wieder etwas normaler mit der LRP Offroad Challenge weitergehen wird. Bis dann. Tschüss. Alle relevanten Links zu weiterführenden Themen im Zusammenhang mit diesem Video findet ihr unten im Kommentarbereich. Dabei natürlich als allererstes hervorzuheben der Link zu den Eifel Elos, weil das einfach ein Verein ist, der hammermäßig cool ist und jeder, der nur irgendwo mal da hineinschnuppern möchte, auf einer RC-Car-Strecke fahren zu wollen, sollte sich mal mit den Jungs dort in Verbindung setzen. Danach natürlich auch zu LRP Offroad Challenge inklusive der Neuerungen für die Saison 2021, in der es jetzt auch eine 2WD-Tragi, also Race-Trag-Klasse geben wird. Und dann gab es auch eine Art von Zettbewerden. Es gibt auch die LRP Offroad Challenge. Und das ist ein Low摩ber, aber das ist eine Lада-Strecke, also mit der B Fitness habe und das ist eine Laufbahnbar. Die Läber sind die Läber. Als ich diese Läber sind die Läber und die Läber, die Läber sein und die Läber kommen vor Ort an den Läber. Vielen Dank.